Gibt es einen speziellen Dua, dass man den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, im Traum sieht? Nein. Das ist auch kein Makel für eine Person, wenn er ihn nicht sieht. Aber natürlich, je mehr die Liebe ist zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, und je stärker die Bevölkerung, umso wahrscheinlicher sollte es auch eigentlich sein, dass man ihn vielleicht im Traum begegnet. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns ihn in dieser Dunia sehen lassen, bevor wir ihn in Al-Akhira sehen können. Letzte Frage.